Damit herzlich Willkommen zu Five Nights at Freddy. Ja, äh, ich hab's jetzt auch mal angespielt, wieso soll ich's will, ich jetzt mal anspielen. Und, naja, wollen wir mal schauen, wie ich mich so tue in der ersten Nacht. Schauen wir mal, starten wir mal ein neues Spiel. Also von 12 bis 6 muss ich aushalten. Dann haben wir ja einen tollen Job angenommen. Einen ganz, ganz tollen Job haben wir da angenommen. Richtig toll. Ja. Ah, okay. Ah, kann ich hier irgendwie annehmen? Ja, sind noch alle da, wie ich sehe. Oh, 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 oh. Äh, I wanted to record a message for you. To help you get settled in on your first night. Ähm, I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. So, I know it can be a bit overwhelming. But I'm here to tell you, there's nothing to worry about. You'll be fine. Okay, so let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see, first there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. And it's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alive, where fantasy and fun come to life. We should all be responsible for the damage to property or person. Upon discovering the damage or death occurred, a missing question report will be found in the end of the 90 days, where as soon as property and premises have thoroughly cleaned and bleached, and the carpet has been replaced, blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. So, if I were forced to sing those same stupid songs for 20 years, and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night, too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of free-roaming mode. Okay. Something about their servos locking up, they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day, too, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Uh, now concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. Okay. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's suit. Um, now that wouldn't be so bad, if the suits themselves weren't filled with crossbeams, wire, animatronic devices. Uh, yeah. That's right. That's right. That's right. That's right. That guy talks and talks and talks. Yeah, yeah. 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 Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first actually a breeze. I'll chat with you tomorrow. Uh, check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright. Good night. Yeah, that's getting locked in. That's getting locked in. It's already 2 o'clock. At 6 o'clock we have to work. He had about two hours. And talked. We've got a long conversation for another person but it's alright. Yeah, good. That's getting... That's getting more torn. That's getting more torn. We have to get up to about... Now we have to do about... About four hours. But they're moving from the hours. So, they're still moving, right? I see. That's getting locked. First night is Kinder to run, I can tell you, Yeah. um It's all... Oh, scheiße, der erste ist weg. Da ist er. Da ist er. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, der erste hat sich schon mal weggewegt. Den müssen wir ein bisschen im Auge behalten, wie ich merke. Ist er das? Ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, dass er das ist, oder? Ich denke mal. Die anderen haben sich in ein Netz weggewegt. Auf jeden Fall sollte ich hier ein bisschen... Die sind das Ganze in den Auge behalten. Ja, da ist er wieder. Drei Uhr, ja, wir haben jetzt doch drei Stunden. Die müssen wir noch aushalten. Sind wir noch da? Ja, dann sind wir noch da. Also 5 und 1 A. Das ist auf jeden Fall noch. Aber ich denke mal, da kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Die erste Nacht. Dann, wenn er sich nach Blick bewegt, ist mir das schon recht. Er kann ja gerne da bleiben, wenn er möchte. Der... Ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt. Ah, ist es nicht mit da. Okay, ich muss gucken, wo ist er. Ich weiß gar nicht, wo ist er denn. Oh oh Was ist er? Um Ok, dann geht's mal so Da ist hier Hier ist er. Sieht ja wahrscheinlich ne Beine... ... meine Maus, aber okay. Wir haben auch noch Tarja. Weil der eine will uns auf jeden Fall, wenn wir tot sind. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay. Ein bisschen Energie sparen, ist nur eine Stunde in. Okay, ist weg. Wo ist er jetzt? Da ist er. Oder ist er ein anderer? Das ist ein anderer. Okay. Ich weiß auch, wir bauen nicht. Mal gucken. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Wo sind sie? Da ist auf jeden Fall einer. Komm schon. Nacht. Ende. Ich hab keinen Bock mehr darauf. Ich bin Billet Light. Komm schon. Komm. Scheiß Nachthaft. Ein Ende. Oh oh, ist wieder da. Ein Ende. Scheiß Nacht. Puh. Jawoll. Die erste Nacht verstanden. Gott sei Dank. Ho ho. Heilige Scheiße. Gut. Ich würde sagen, wir lassen uns auch erst mal bei der ersten Nacht. Ja, wie man merkt, ich bin aus dem Spiel ausgegangen. Ich Idiot. Aber ich würde ja sowieso jetzt das ganz beenden. Ich bin jetzt bei Nacht Nummer zwei. Und dann, man sieht sich einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö tschö. Umshäי. nur Hoje, Untertitelung des ZDF, 2020